Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter-Spezial von Wetter.net. Der erste Herbststurm des Jahres, der rauscht nun auf Deutschland zu, er bringt viel Wind und vor allen Dingen ein erster Schwall kalter Luft und damit sinkt auch die Schneefallgrenze bis in mittlere Lagen ab. Schuld daran ist der Ex-Hurrican Gonzalo. Am Freitag, da lag er noch über den Bahamas, brachte dort viel Wind, viel Regen und ordentlich Schäden. Und in den letzten Tagen ist er weitergezogen über den Atlantik und erreicht uns nun als Sturm- bzw. Orkan-Tief. Bereits heute Mittag ist die Kaltfront über die britischen Inseln gezogen und mittlerweile hat sie auch Deutschland erreicht. Wir sehen die Kaltfront hier an den Zacken zu erkennen und hinter der Kaltfront, da kommt erwartungsgemäß kalte Luft nach Deutschland. Auch die Wolkenschleppe des Ex-Hurricans ist sehr mächtig. Sie reicht von der Nordsee mittlerweile schon bis nach Deutschland, teilweise auch schon bis Richtung Ostfrankreich. Ja, heute Nacht, da geht es richtig rund, vor allen Dingen in der Mitte und im Süden, da erwarten wir teilweise schwere Sturmböen bis in tiefe Lagen. In höheren Lagen sind auch orkanartige Böen möglich, teilweise Orkanböen bis zu 130 Stundenkilometern. In den tiefen Lagen sind es dann meist nur die schweren Sturmböen, aber auch die erreichen bis zu 90 Stundenkilometern. Die Temperaturen gehen dabei kräftig nach unten. Mit der Kaltfront kühlt es ab auf 3 bis 6 Grad im Süden und bis 8 Grad im Nordosten. Im Nordosten, da merkt man generell eher weniger von dem Sturm. Der Sturmschwerpunkt liegt von Nordrhein-Westfalen über Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland bis nach Baden-Württemberg und Bayern. Ja, und hier wird es auch morgen noch weiterhin ungemütlich bleiben. Die Höchstwerte morgen im Süden gerade mal noch 5 bis 8 Grad. Am vergangenen Sonntag wurden dort teilweise noch Temperaturen bis zu 26 Grad im Schatten gemessen. Also ein richtig großer Temperatursturz. Dazu auch morgen wieder immer wieder Sturmböen in tiefen Lagen, teilweise auch schwere Sturmböen. Und vor allen Dingen in den Hochlagen so oberhalb 700 bis 900 Meter. Da kann es auch nochmal orkanartige Böen geben. Und auch am Alpenrand weiterhin Schneefall, also hier können nochmal einige Zentimeter neue Schnee vom Himmel kommen. Weitgehend unspektakulär ist der Tag morgen dann doch eher so im Nordosten. Hier zwar viele Wolken, immer wieder Regen, aber mit 10 bis 13 Grad zum einen auch wärmer und bei Weitem nicht ganz so stürmisch. Der Trend Richtung Wochenende, es wird wieder milder. Dieser kleine Versuch des Winters, der wird im Keim erstickt. Und nächste Woche, da erwarten wir sogar schon wieder Temperaturen, die zwischen 15 und 20 Grad liegen können. Es wird also wieder deutlich wärmer. Mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine hoffentlich ruhige Nacht. Tschüss, bis bald.